Und hiermit wieder herzlich willkommen zurück zu D4 Dark Dreams Don't Die, hier so ein Moment um Mario und ihr begleitet mich auf einer Reise mit David Young, der Detektiv, der den Mord an seine Frau untersucht und neue Klamotten natürlich findet. In welche Richtung drehe ich denn? Fuck! Es sieht so aus, dass die Kraft in dieser Sektion in dieser Sektion gestorben wurde. Olivia, warum ist die D.E.A. going after Real Blood? Es gibt viele andere Drogen, die auf einer nationalen Ebene verursacht haben. Du bist richtig. Es gibt viele andere Drogen, die wir nachher müssen. Aber in der Fall, Real Blood fühlt sich anders aus. Es fühlt sich eher schweig, eher gefährlich, als etwas nur als eine Sektion von Income benutzt. Wir haben viele verschiedene Korpsen in den Inzidenen mit Real Blood verursacht. Leute, die mit all ihrer Haut verursacht haben, verursacht haben in der Absintheit von Wasser. Oder die Körper, die mit all ihrer Blut entfernt von ihrem Körper entfernt haben. Du wirst wissen etwas über Real Blood, nicht wahr? Vielleicht. Fuck! Neue Beweise, nur ja damit. So habe ich irgendwo was übersehen? Das scheint nicht so, ne? Neue Beweise, nur ja damit. Fuck! Was? Ein Schwein? Ein Huhn? Keine Ahnung, aber es ist jetzt, glaube ich, kaputt. Okay, hier haben wir eine Katze. Hier können wir ein bisschen was kaufen. Ein bisschen Ausdauer. Wie viel Ausdauer habe ich denn? 73. Hab ich es gekauft? Kaufen. Okay, Leben. Wie viel Leben habe ich jetzt? Sieben. Kaufen. 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 Das war's, kleine Katze. Oh. Oh. Weißt du was? Ah! Okay, sie ist harmlos. Nein, praktisch. Okay. So, wo gehen wir jetzt hin? Am besten. Oh, ja. Huh? Huh? Was ist das? Oh. Olivia, hast du diesen Mann gesehen? Sie gesehen? Was gesehen? Was gesehen? Was gesehen? Die Dinge sind schlimmer, als ich dachte. Okay, noch ein D. So, den Strom, den hätte ich eigentlich wieder eingeschalten, oder? Komm. Alles sauber mit der Hand. Hier so. Perfekt. Drück gegen was. What? Was muss ich? Ah, okay, 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 okay. Aber wo kommt der Strom raus? Wie drehe ich denn den? Wie? Okay, verstehe. Hehehe. Sollte gehen. Eigentlich. Oder? Ah, jetzt! Auf gut Glück, ne? Da, wie? Alle Wunsbücher sind verbunden. Die Sp exhalingen sind verbunden. Das muss ein bisschen Kraft in dieser Fichte verankern. Ja, ich bin Elektriker. So macht man das eigentlich immer, ne? Ich wollte es euch nur sagen. Ich bin vom Fach... Uh! Was denn? Komm ich hierher oder was? Uh! Ganz viele neue Sachen. Hey, das ist hier. Den kennen wir. Das ist ein PDA. Hm. Nicht ein Standard-Retail-Modell. Das Licht bedeutet, dass es ein Miss-Kolz gab. Ah, ich wusste, es war sein. Oh Mann. Ein spezielles Trainingsprogramm für Untercover-Operationen? Komm, wir finden raus, was der zu verbergen hat. Ich glaube, ich kann es versuchen. Enhance deine Intelligenz und ziehe deine Skills zum nächsten Level. Das Ministerium der Justiz ist hier, auch zu unterstützen. Dein Gehirn ist vielleicht jetzt öfter, aber wir werden das verändern. Jetzt beginnen wir. Initialize das Flugzeug-Test-Maniac-Level. Was? Maniac-Level? Was sind die Telefone auf den internationalen Flügen mit denen am Boden? Satellit. Yay! Yay! Was? Welche Lebensdauer hat ein normales Flugzeug? Was ist der Name der Flugzeug-Test-Maniac-Level, in der jede Partie ist verabschiedet? Ein Body-Check, oder? Wie nennt man die Inspektion, bei der ein Flugzeug komplett zerlegt wird? Nein! Es wird 9 Dollar und 99 Cent. Inkorrekt. Geh in die Account, dass die Checks haben. Ranks an sie zu ihnen. Spiel vorbei. Nicht zugeben. Versuch es wieder. Ja, das kann ja keiner wissen, oder? Na komm. Äh, Satellit. Na komm, wir cheaten hier. Äh, Ewigkeit-St- Nein! Den D-Check, oder was? Na komm, das schaffen wir jetzt. Wieso wie bei Jauch hier, ne? Äh, Telefon-Joker, bitte. Da haben wir's. Korrekt, wenn, mit perfekten... Na komm. What's the name of... D-Check. Korrekt, Maintenance-Checks are ranked from A to D. The D-Check involves docking the aircraft for one month and takes a very long time. The time when Accidents are most likely to occur is called the critical. Die kritischen 11 Minuten vielleicht? Korrekt. The critical 11 minutes. Accidents usually happen in the 3 minutes after take-off and 8 before landing. This is the time when Concentration and care are most required. How thick is the thickest part of the outer wall of the aircraft body? Was? Wie dick? Wie dick ist der dickste Teil der Außenhülle des Rumpfes? Na? Na? Na komm, das, das, das müssen wir schaffen. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Und skippen ein bisschen. Der D-Check. Korrekt, main the D-Check. Die Zeit wird... ... 11 Minuten. Das ist ein Kaugummi, die nicht öde schmeckt, ne? Correct. Er ist von Titanium und Aluminium. Er ist designed, um die interne Pressure zu resistieren. Die Minimumsthigkeit ist 1 Millimeter. Überraschend schmerzhaft, nicht wahr? Alle Fragen, die im Flugzeug-Test-Maniac-Level sind richtig geantwortet worden. Herzlichen Dank! Was bekomme ich jetzt? However, we're only just getting started. Now we will proceed to the Aircraft-Test-Geek-Level. It will initialize as soon as you are ready. What the fuck? Sterbeniveau? Okay. Initializing the Aircraft-Test-Geek-Level. Answer 5 questions correctly to complete this level. One wrong answer and you will fail instantly. What are fixed wings that have no propulsion called? Segelflugzeug. Correct. Space shuttles also land using gliding. What does VTOL stand for? What? Okay. Boah, zum Gutgeraten. The Aircraft can take off or land in narrow places and can fly higher and longer than Helicopters. They're mainly military now, but civilians' model research is underway. What is the name given to the type of stunt flying that was popular in the 1920s? Yeah, that's the other thing I can actually completely conclude, right? No! Now he's sleeping with the fishers. Incorrect. This term came over. Don't get it. I want to be able to get it. Initializing the answer. What are fixed? I want to get it, guys. I want to get it. What does VTOL do? So. Correct. These aircraft and Kintz, their main... I'd like to get my Joker, right? So. Correct. They pulled off all sorts of dangerous stunts, including tennis on the wings. How is a jet engine ignited? How is a jet engine ignited? How is a jet engine ignited? LOL. NO! 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 If you can get it, don't... So. Come, come, guys. Maybe we'll... 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 What does... Hauptsache, der spielt da mit dem Handy, während hinten, weiß ich nicht, beim Flitter Blut umliegen. Im Boden liegen. Correct. They pulled... How is... Okay, dann ist der... Correct. You can see the heat from them when the aircraft are in the airport. They create compressed air, which activates the main engine. How does a helicopter land safely, if the engine is damaged? To God beaten. Correct. Downward air flow is used to turn the rotors and gently descend. It's the same principle behind a leaf that rolls down to the ground. All questions in the aircraft test keep level have been answered correctly. Congratulations. You are very well informed. Okay, wir haben's geschafft. Bitte nicht nochmal. Okay. Ziemlich cooles Zeug. Na komm, das schafften wir auch noch, oder? Den letzten Test hier. Namas. Äh... Was? Luftschiffe. Correct. Gases that might explode are never used. How much water is used in a single flush of a passenger toilet? Was? Correct. Of course, the waste is stored in a tank, rather than being ejected outside. What provides propulsion when a jet aircraft is on the runway? Harte farte. A tow truck is used to go backward or move very slowly. Who made the first successful solo transatlantic air crossing in 1927? Ohhhh... Lindenberg. Correct. He also crossed the Pacific in 1931. What time is the cockpit clock set to? What time is the flight? What time is the flight? Sorry. In the game, what we don't... What time is the flight? Nein! Nein! Ich will es schaffen! Ich will es schaffen! Ich will es schaffen! Okay, es sind die gleichen Fragen zum Glück. Correct. Gas... How much... Hehe! Correct. Of course... What prevent... So, das habe ich auch noch richtig? Correct. A tow truck... Who made... Das habe ich auch noch richtig? Correct. He also... What time... Okay. Correct. The time difference is always accounted for during flights. Why is the tow truck used instead of brakes in order to keep the aircraft stationary? What? Okay. Correct. If brakes were applied, the temperature would cause the discs and pads to melt. Why do cabin attendants give out candy during the flight? Ah... Druckausgleich. Correct. Building up saliva and then swallowing is one way to clear your ears. Why is the cock killed on the second floor in a jumbo jet? Ah! Correct. In a cargo plane, the entire body is used as cargo space. Why do airplanes have round windows? Robust head. Correct. Corners create focal points for stress, which can create cracks. Which aircraft can take off and land from a runway and go into space. Uh... 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 Ja... Keine Ahnung. We've already moved beyond the airplane and into space. All questions correct. Yeah! You have correctly answered all the questions. Wie sich der auszieht, ne? Beim Test, beim Handy. Fall abgeschlossen, perfekt. Perfekt. Und jetzt können wir wieder in dem Blutlache nachgehen. Ja immerhin Hat Spaß gemacht Okay Ah komm Ein paar Zeitschriften hier Das ist nichts Besonderes Hauptsache jetzt schlägt es immer Verkehrt auf Komm So wir müssen jetzt wirklich mal dem Blut folgen Hier haben wir schon alles Ja dann gehen wir hier hin Den Schalter hier drücken oder Nee Wir machen einfach auf Und Alleop Da reingeht es in die gute Stube Ich habe eine Idee über die Identität von der Sache Das Ding da 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 Aber in diesem Fall Was ist der Marshal Ich habe ihn nicht verletzt. Warum zielt sie auf uns? Na komm, nicht dein Ernst, oder? Na komm, Max, sie hat eine Waffe. Olivia, schau dir die Hände runter! Au, verdammt! Olivia? Ich hab's noch. Ich bin... okay. Okay. Eagle calling Delta. Agent Chaney, please respond. Phillip! Geht schon, lauf! Lauf, Junge! Oh, nein. Lauf! Lauf, Junge! Lauf, Junge! Oh, oh! Oh, oh! Was ist denn das hier? Oh! Uh! WTF! WTF! W... LOL! Schnell! 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 Und durch! Perfekt! Leute, perfekt! Synchronisierung ziemlich... Na, doch nicht! Marshall! Please! Don't do anything stupid! Oh, ja, Leute! Es ist sehr spannend! Und wie es weitergeht, liebe Leute! Seht in der nächsten Folge! Hab mich gefreut, dass ihr zugesehen habt! Euer Momentumori! Danke fürs Zusehen! Ciao, ciao! Ciao, ciao!